und auch warum das da kann man nicht auswählen ich werde mit ich bin jetzt jetzt muss ich wohl alles zu bauen oder die Jungen sind so richtig ist gar nicht da haben wir mal Glück gehabt die Wüste muss immer gehen hättest du Lust irgendwann wenn wir fertig sind mit dem Labor ja, das können wir machen aber ohne Featen wieder muss ich mir merken sonst mach es nämlich ja, mach das einfach aus stimmt geht das überhaupt aus? keine Ahnung die Musik ist so beruhigend ich spreche keine Musik an die Musik nervt halt machst du doch aus du wolltest doch, dass die anders das ist ja, nicht die Musik der Spielton sag doch gleich äh hab ich doch fuck ok jetzt alles wie er kann schön ruhig nicht mehr dumm mal so einen Käse die Musik ist ja egal die sind ja nicht krank die sind ja nicht krank Krieger Onker hohohoho nein so, jetzt hast du erstmal AUSTEX warum hat Gamer Sprex kein DIN guten PT frag mich ich darf nicht sagen, sonst bin ich gleich wieder der Böse nicht manchmal sagt er ist doch gut ein Laptop zu haben manchmal sagt er es ist scheiße sein Gapel Laptop zu haben das ist gut ein Laptop zu haben der gut ist halt also gut funktioniert und viel Gigahertz Arbeitsspeicher und so weiter hat so, warte noch Germut irgendwann geht uns die Diamanten noch leer das war ja schon so zack 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 noch irgendwas äh du könntest sie vielleicht brennen das ist klar das ich habe nichts zu tun boah ja ist das Geiststeuerung ne ich habe aber nur einsteck gebt mir die anderen und out steuerung so machst du es an in keine Ahnung ja auf einsatzes zu sagen ne ja ich habe mir gedacht wenn wir spielen dann spielen wir richtig ganz schnell ach so interessant also wenn wenn es auch die Monster anstatt meint ja schon ja ich weiß ja mein Gott musst du ihn nacharmen ich habe mir das nicht ja aber nein aber nein aber nein aber nein aber nein aber nein ich kann es sehen in deine Augen nichts aber es ist ja scheiß einander oder es ist jetzt ab sofort unter Helfer und 2 Prozent wir sollen uns helfen der Klaus dieser und schlechte diese Bier ich glaube sie sagt nun schlägt uns und jetzt nein ich kann es nicht eine Wende noch immer dass es ist dann trinke ich mich die Abo gut das wenn das der schien die sagt tatsächlich ist T und hau das ist die kurze acht stunden Uhr hier mein Bruder hatte auch so um die acht Stunden war er kaputt danach? Ja er wollte nur schlafen gehen oh nein alter die letzten zwei Ferientage wollte ich chillen und dann so nein du brauchst deinen ersten Hilfe-Kurs du musst noch Menschen helfen ist mir eigentlich egal weil ich will meinen Rollerführerschein das ist voll der Zwang alter ja ich könnte ja auch den 25er machen also den Mofa-Führerschein aber der ist mir zu langsam ja so zehn Stunden später bist du da und alle mit dem Fahrrad das wäre gut ja schon diese Räume müssten drauf gehen oh fuck ich dachte da ist Zimmermott drauf klopfe ich nur unten ab tja das ist traurig oh mein Gott nach ein paar Tagen sehen wir wie er Taddeus das habe ich doch schon ganz vergessen du bist fies du bist sehr fies oh ich bin ich bin die Wallchumper oh scheiße du mögst du mögst sie nein eigentlich nicht es begrügt mich ein bisschen wieder magst sie magst sie nicht mögst sie ja dann magst oder mögst oder liebst oder pass auf ich mach deine Redstone oder Lunker oh mein Gott tu das nicht Judas oh Napfel mein Napfel Judas ich bin der Manipulat ich bin der Manipulat boah ok ich werde es aber nicht aktivieren sonst ist die ganze Ernte weg naja ach ist das Leben so schön der Taddeus zu leben so ich kann ja eh nichts machen dann machen wir das was war das? war das eine Pistole? nein das hat sich aber so angehört diesen ökonomischen Menschen wir pflanzen wie danach aber wenn du das sagst eigentlich ja nicht wir haben eh ohne Recht davon aber aber das ist doch krank alter jetzt sind so Milliarden Saplings wieder von den Dingern ich mach Spaß Filme anzugucken haha warte mal hört man das wenn ich den Lautstern irgendwie ganz nice mal hört man es jetzt? no oh warte jetzt weiß ich selbst nicht hört man es jetzt? nope oh und warte wenn die Musik läuft ein bisschen so zwei ja hast du zu großes Mikro halt ja leider ja ja ich bin ein Pirat ich bin ein Pirat Ich bin Marcel Davis. Von 1&1. Ach, das 1&1 ist gut, ja. Ich bin Marcel Davis. Von 1&1. Eigentlich könnten wir auch über TeamSpeak reden, aber geht ja auch mit Skype. Dann hätte man meinen Namen aber nicht gesehen. Ist doch egal. Hattest du es nicht mal freigegeben, deinen Namen irgendwie? Damit man sich mit Skype dann reden kann oder sowas. Ja, keine Ahnung. Ist ja eh. Ist so mein Hauptaccount. Alter. Okay, wie viel brauche ich noch? 30 plus 34. 64 Klasse. Bekommst du noch? Oh ja, das ist schön. Da ist voll Heftsch. Heftsch? Heftsch. 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 Mhm. Heftsch. Heftsch. Was wollte ich tun? Ja, ja, das. Musst du das schreiben. Es ist echt so nötig. Interessant. Ja. Wer hat denn das wohl geschrieben? Voll spammen! Oh, das geht nicht mehr. Verdammt! Oh mein Gott, die Sonne geht unter. Ich gehe rein. Die hat spart auf mich. Nein. Das Bett ist auch so putty-dead-dead. Okay. Ha, ha, ha. Dann gehe ich halt. Pussy. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich glaube, ich... Also, ich mache erst mal nur die erste Reihe, sozusagen. Oh, ich will sehen, ich will sehen. Ah, ist noch nicht so ganz bekleidet. Weil vielleicht später haben wir andere Dinger, können wir hochfrauen und so viel zu streamen. Ja. Ich mache aber erst mal nur die erste. Und...